Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago-Video zum Casio Classbed 2. Wir möchten uns hier in diesem Video jetzt einmal die lineare Optimierung anschauen. So, ich habe uns hier einmal drei Bedingungen zusammengestellt und dann auch noch in weiterer Folge eine Zielfunktion, damit wir hier entsprechend auch gleich ein paar Möglichkeiten haben und sehen, was wir hier auf jeden Fall mit dem Casio Classbed machen können bei der linearen Optimierung. Wie gehen wir hier vor? Wir werden das natürlich grafisch lösen. Das bedeutet für uns, wir geben jetzt hier, wichtig ist natürlich, wir brauchen es in der Form y ist gleich, deshalb habe ich hier die Ungleichungen auch jeweils schon mit y sozusagen umgeformt. Muss natürlich nicht y gleich sein, sondern größer gleich oder kleiner gleich logischerweise. Das heißt, man gibt hier jetzt einmal die entsprechenden Werte ein. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel minus 5 Drittel x plus 100. Wir wollen aber nicht y ist gleich, sondern wir wollen natürlich hier größer gleich. Das heißt, wir können jetzt hier hergehen und auf das y ist gleich drücken und entsprechend hier auf ein Typ größer gleich sozusagen wechseln. Ihr könnt es aber auch hier oben gleich direkt sagen, na gut, es ist eh alles größer gleich. Na dann machen wir gleich größer gleich draus. Und dann bleibt es auch für die anderen Gleichungen gleich mit größer gleich und wir müssen nicht jede einzelne sozusagen dann anvisieren. Das heißt, als nächstes hätten wir dann minus x plus 80, also eben dieses x plus y größer gleich 80. Auf y umgeformt ist eben y größer gleich minus x plus 80 und die dritte ist relativ simpel, nämlich y größer gleich 30. Da brauchen wir nichts umformen. Somit hätten wir unsere drei Bedingungen. Die können wir uns hier natürlich schon einmal anschauen und sehen jetzt hier, möglicherweise müsst ihr dann entsprechend das Fenster einstellen. Ich habe es jetzt im Vorhinein schon mal eingestellt gehabt. Das hängt dann einfach davon ab, wie die entsprechenden Ungleichungen natürlich sind. Hier in dem Fall ist x min 0, x max ist 100, y min ist 0 und y max ist 100. Das kann man hier bei diesem Button sozusagen einstellen, dass man hier dann sagt, eben ich will x min 0, x max 100 und y min ist 0, y max ist 100. Das kann man dann eben hier alles einstellen und dann hat man entsprechend auch das Fenster schon so, um hier zumindest diese Ungleichung entsprechend lösen zu können oder diese lineare Optimierung hier lösen zu können. Aber das ist natürlich von Beispiel zu Beispiel verschieden. Müsst dann halt schauen, wie es in der Angabe ist bzw. zur Not ein bisschen experimentieren, ob man das sieht, was man sehen möchte. Was wir jetzt hier auf jeden Fall auch noch sehen ist, dass sich diese einzelnen Farben überlappen und dort, wo sie sich am stärksten überlappen, also dieses schiere Grau sozusagen, was hier jetzt eigentlich ist, das ist dann unser Lösungsbereich hier in dem Fall. Da überlappen sich nämlich sämtliche Ungleichungen. Das heißt, würde ich jetzt nur eine einzige einzeichnen, würde es natürlich anders ausschauen. Hier haben wir jetzt alle drei drinnen, das heißt, dieses Grau ist hier in dem Fall jetzt eben unser Zielbereich, unser Lösungsbereich, in dem wir uns befinden müssen. Hier geht es scheinbar darum, dass wir ein Minimum brauchen. Wir wollen so gering wie möglich unsere Kosten halten zum Beispiel, denn der Lösungsbereich ist nach oben hin offen. Das heißt, natürlich kann ich nach oben hin mehr machen, aber dann habe ich entsprechend auch höhere Kosten. Ich will aber die Kosten so gering wie möglich halten, deshalb gibt es eben eine Zielfunktion und die soll minimal sein. Da muss man jetzt insofern noch einen kleinen Trick anwenden, denn wir haben eine Zielfunktion mit x plus 1,5y und das soll minimal sein. Und da kann man jetzt hergehen und entsprechend einen Platzhalter sozusagen verwenden, um dann hier im Taschenrechner mit einem Schieberegler zu arbeiten. Auch das muss man natürlich wieder auf y umformen, das wäre dann hier mit y ist gleich minus zwei Drittel x plus zwei Drittel a, wobei diese zwei Drittel beim a im Prinzip irrelevant sind. Es reicht, wenn man hier einfach a natürlich dann hinschreibt, weil dieses a wie gesagt nur ein Platzhalter ist, eine Verschiebung, um eben diese Gerade parallel verschieben zu können. Das werden wir dann mit einem Schieberegler nämlich machen und das hilft natürlich dann, um hier auf den entsprechenden Wert zu kommen oder zumindest einmal in die Nähe zu kommen, um zu wissen, wie man es einzuzeichnen hat, gegebenenfalls und so weiter. Ihr könnt natürlich auch die Skalierung im Fenster, vielleicht auch noch da mal der Hinweis, die Skala ist hier zum Beispiel auf 1, das macht vielleicht wenig Sinn. Wenn ich jetzt hier auf der x-Achse die Skala auf 10 setze, dann sehen wir hier auch schon entsprechend sinnvollere Schritte, zum Beispiel auf der x-Achse könnte man genauso gut auch auf der y-Achse machen, um hier eben entsprechend auch noch einmal ein bisschen besser das Ganze visualisieren zu können. Wir können theoretisch auch die Farben ändern natürlich, wenn uns danach ist, also das ist dann eher so, ja, für, wie sagt man, fürs Auge dann eher gedacht, aber jetzt nicht zwingend mathematisch notwendig, aber natürlich kann man sich das Ganze noch ein bisschen schöner herrichten. Jetzt werden wir hier auch noch die entsprechende Zielfunktion eingeben, das heißt, wir haben jetzt hier minus zwei Drittel x plus, ich gebe es jetzt mit zwei Drittel hier hinten auch ein, es ist aber wie gesagt nicht zwingend notwendig, mal A, also mal einen Platzhalter, um hier eine Verschiebung durchführen zu können. Wir brauchen jetzt hier auf jeden Fall nicht größer gleich, sondern wir brauchen natürlich ein Istgleich, das heißt, wir werden den hier auf ein Typ Istgleich ändern und entsprechend auch diese hier zeichnen. Dann haben wir hier jetzt irgendwo unsere Gerade gegeben und müssten jetzt aber noch folgendes drücken, damit wir den Schieberegler kriegen, das ist dann eben hier der zweite Button mit diesen verschiedenen Funktionen sozusagen. Dann haben wir unseren Schieberegler auch dabei, da haben wir jetzt mal den zu Beginn in der Regel, wenn er irgendwo bei Null ist oder sonst irgendwas, dadurch, dass ich jetzt vorher schon einmal experimentiert habe, war der schon halbwegs gut eingestellt. Wir können jetzt aber hier bei den Einstellungen, da habt ihr normalerweise nur von minus fünf bis fünf oder so irgendwas, macht natürlich dann auch wenig Sinn, weil man es vielleicht viel größer haben möchte. Das heißt, unser Minimum wird Null sein, wobei eigentlich wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Wir starten jetzt aktuell auch bei Null meinetwegen und unser Maximum setzen wir jetzt einmal auf 100. Und das wiederum führt uns dazu, dass wir aktuell die Gerade gar nicht sehen, weil es jetzt nur durch den Ursprung geht. Und sobald wir sie jetzt aber weiter nach oben verschieben, auch in Fünfer-Schritten, das vielleicht auch nochmal kurz zur Darstellung. Ich habe hier jetzt die Schritt weiter in Fünfer-Schritten gemacht, einfach damit man hier ein bisschen schneller sozusagen das Ganze verschieben kann. Und dann sehen wir, dass wir eben diese Gerade parallel verschieben, so weit eben, bis wir zum ersten Mal einen Eckpunkt von dem grauen Bereich erwischen. Und dann sehen wir hier relativ schön, dass es hier ein Schnittpunkt hier zwischen dieser grünen Ungleichung ist und in weiterer Folge dann der roten Ungleichung. Und damit hätten wir dann eben unseren Schnittpunkt. Das heißt, diese Variante ist natürlich vor allem dann sinnvoll, wenn wir hier entsprechend zum Beispiel schon eine Skizze gegeben haben und entsprechend das Ganze dann eigentlich nur noch einzeichnen müssen zum Beispiel, dann hilft uns das hier natürlich vor allem. Aber ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit hier auch zu visualisieren und zu schauen, wie es denn ausschaut. Und ihr könnt es dann natürlich auch in weiterer Folge die Schnittpunkte euch anschauen. So, wo haben wir das? Das ist es nicht. Da müssen wir jetzt in den Grafikbereich gehen. Grafische Lösung, da sind wir. Schnittpunkt. Und dann hätte man hier auch die Möglichkeit, dann eben entsprechend die Schnittpunkte sich rauszusuchen. Das ist jetzt nicht zwingend notwendig, wie gesagt. Aber man hätte hier auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, hier dann auch entsprechend auf die Schnittpunkte zu kommen. Und das wäre dann auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Ja, das war es auf jeden Fall schon mal zur linearen Optimierung. Ihr könnt euch da, wie gesagt, ein bisschen spielen, auch mit den Schnittpunkten. Wie gesagt, man kann natürlich auch, wenn man möchte, die Ungleichungen nicht als Ungleichung eingeben, sondern als Geraden eingeben. Dann wird es ein bisschen übersichtlicher sozusagen. Das heißt, man kann in weiterer Folge das Ganze, den ganzen Zeichenbereich sozusagen nochmal bereinigen. Und statt größer gleich oder kleiner gleich halt ein Ist-Gleich zu machen. Man kann sich aber eben vorher schon nochmal anschauen, wo liegt denn überhaupt mein Lösungsbereich, dass man sich eben ein bisschen orientieren kann. Das heißt, hier ist wirklich einiges an Spielerei möglich auch. Eben auch mit den Schnittpunkten, habt ihr es jetzt auch gerade gesehen. Ich wollte jetzt dann nicht zu sehr jetzt noch mit den Schnittpunkten herumtun. Aber im Grunde genommen wäre das auch auf jeden Fall eine Möglichkeit noch, dass man sich dann gerade bei Geraden dann entsprechend die Schnittpunkte herholt. Um dann eben diese Punkte auch tatsächlich rauslesen zu können. Das war es auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und damit dann entsprechend weiter selber experimentieren. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns in einem anderen Video wiedersehen.